Musik Manchmal glaube ich, es gibt nur eine Lösung, um aus dieser Scheiße rauszukommen. Irgendwohin verschwinden, womit niemand kennt. Ich kann nur kämpfen, sonst nichts. Tja, aber nicht mal das kannst du. Ach ja? Nein, kannst du nicht. Jetzt hängt's von dir ab. Wie spricht man das aus? Schock die. Und was heißt das? Das erfährst du mal früh genug. No Palang, keine Ausländer in Wieskamp. Es gibt Jump für Ausländer. Du bringst Frauen her, sie mögen das nicht. Glaubt mir doch, ich will kämpfen. Ich will trainieren und ich will kämpfen. Du gewinnst, du bleibst. Du verlierst, du gehst. Koffi? Was heißt Schock die? Du hast ein Tattoo und weißt nicht, was es bedeutet. Ich sag dir, was dein Fehler ist. Benutz ab der ersten Runde deine Ellenbogen. Schlag hart zu, bis ihm der Kopf platzt. Hier darf man die Ellenbogen erst ab der dritten Runde einsetzen. Damit die Buchmacher hohe Quoten haben, was scheren dich denn die Buchmacher? Hau ihm in die Fresse und los! Hau! So!